Mein Name ist Davide, ich bin 23, bin Transgender und zum Islam konvertiert. Wie ich zum Islam kam, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Meine erste Ex-Bündin, die ich hatte, hat mich eigentlich zum Islam nahegebracht. Deswegen habe ich mich dann angefangen zu interessieren im 2012. Da habe ich mich das erste Mal mit dem Islam auseinandergesetzt. Ich habe mit sehr vielen Klärten geredet. Ich bin dann auch letztes Jahr im August zum Islam konvertiert. Alhamdulillah, ich bin jetzt Moslem. Ich muss sagen, am Anfang war es mir schon unwohl, weil ich halt nicht gewusst habe, wie der Imam auf mich reagieren wird, weil ich halt Transgender bin. Und ich muss sagen, er hat mich gut aufgenommen und habe dann eigentlich mit ihm ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Also für mich war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mit dem Christentum identifizieren kann. Wir sind zwar immer am Sonntag meistens in die Kirche gegangen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, boah, das ist meine Religion. Das erste Mal, was ich gehört habe, war, dass sehr viele Leute irritiert sind. Okay, Islam und Transgender. Passt da überhaupt? Wirst du da nicht diskriminiert? Gibt es nicht Leute, die dich bedrohen? Und darum gibt es Leute, die genau der Meinung sind, dass das nicht zusammenpasst. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, wow, interessant. Hey, Respekt. Wir sind stolz auf dich. Mach das weiter so. Und ich habe mich an den Sachen, die mich schlussendlich pushen, weil würde ich mich aufhängen an die negativen Sachen, dann müsste ich es lassen, weil es ist schon heftig. Der Shitstorm ist schon nicht ohne. Der Glauben für mich bedeutet Halt, bedeutet er gibt mir Kraft, ich bete fünfmal am Tag. Einfach, um mich auch runterzuholen. Es gibt Situationen, die mich auch aufregen, die mich hässig machen oder auch traurige Situationen, vor allem mit den Hormonen, die ich auf dem Weg mit den Hormonen bin. Und dann ist es wichtig, einen Halt zu haben. Meine Familie gibt mir einen Halt, meine Freunde geben mir einen Halt. Aber auch der Glauben, da gibt einem wieder Kraft, okay, morgen geht es wieder weiter, morgen ist ein neuer Tag. Und hätte ich, glaube ich, den Glauben nicht, wäre es nochmal ein Tick schwieriger für mich, um so vieles auch zu schaffen. Also mein Wunsch von der muslimischen Community wäre eigentlich, dass man die Leute wie mich verurteilt, dass man das weglässt und mich als Mensch anschaut. Ich hoffe einfach, dass da einfach die Kultur nicht mehr in dem Schema ist, sondern dass man auch ein bisschen aufmacht, die Türen hat, die Jalousien, ein bisschen aufmacht. Und vielleicht auch mal aus dem Fenster schauen und sagen, aha, er hat eigentlich schon ein Schösses raus. Und nicht nur die Sicht hat, die auf etwas ist. Weil schlussendlich würde ich ja irgendwann auch eine muslimische Frau heiraten. Ich würde ehrlich sein, zu meiner Frau irgendwann, zu meiner zweiten Familie. Ich muss sagen, ich habe wenig Erfahrungen gemacht mit dem, wie es im Christentum ist. Einfach weil ich schon immer, die Mehrheit von meinen Freunden, immer den islamischen Background hatte. Darum kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber was ich kann sagen, ist, man wird genauso im Christentum verurteilt für das, was wir sind. Ob Islam, ob Christentum, die beiden Kulturen und Religionen sagen, es ist eine Sünde. Und darum sage ich, es hat rein nur mit der Kultur zu tun, die Religion ist etwas ganz anderes. Und schlussendlich werden wir alle, ob das stimmt, was hier auf dieser Dunie, auf dieser Welt passiert, werden wir dann alle erst wissen, wenn wir nicht mehr da sind. Und darum müssen wir das Beste daraus machen und jedem Menschen so leben lassen, wie er es verdient hat. Dasstedt Titelmacher